was für ein grandioser tag heute ist ein bisschen wächten haben sich aufgebaut die landschaft ist herrlich aber bei dieser lawinenstufe heute ist das vielleicht nicht alles so an ratsam aber es ist ziemlich geil wir wollen immer noch da hoch und schauen ob wir nicht doch irgendwie einen weg finden tobi macht sich schon wieder auf den weg naja er hat ja einen pieper ich habe eine schaufel wird schon irgendwie klappen mal sehen was draus wird servus